So Freunde und damit herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Video. Ja, ihr seht schon, es ist ein anderer Chart, es ist hier der Bitcoin-Dominion-Chart und um was soll es dann wohl heute gehen? Nein, nicht um Bitcoin, es soll heute mal um die Altcoins gehen. Und zwar, das Thema lässt mich ehrlich gesagt nicht wirklich los. Es kommen immer wieder, ich sage jetzt mal in unserer Gruppe, es ist relativ ruhig in der Telegram-Gruppe, zwecks Altcoin-Themen etc. pp. Ja, soll ich jetzt Altcoins kaufen? Was machen wir jetzt mit den Altcoins? Oh, die Altcoins sind so gefallen und sowas. Wann kaufen wir überhaupt Altcoins und sowas? Ich habe dazu, glaube ich, vor ein paar Monaten schon mal ein Video gemacht. Ihr wisst, ich habe 100.000 Altcoin-Videos gefühlt im Bärenmarkt gemacht für euch, damit wir günstig Altcoins einkaufen. Altcoins kauft man normalerweise im Bärenmarkt, wenn alles seelenruhig schläft, Bitcoin rumdümpelt und die Altcoins einfach nur noch fallen, fallen, fallen. Dann macht man DCA, dann kauft man Altcoins. So, jetzt sind wir aber nicht mehr in einem Bärenmarkt, beziehungsweise technisch gesehen sind wir es nicht. Wir sind meiner Meinung nach am Beginn vom richtigen Bullrun, der möglicherweise startet. Nach welchen Prinzipien geht man eben da? Und ich sage es zwar immer wieder in den Videos, nur manche Leute gucken halt die Videos nicht, deswegen mache ich jetzt hier nochmal so ein extra Video. Da habe ich mir gedacht, es gibt eigentlich nicht viele Faktoren, wie man in einem Bullrun, beziehungsweise wie man, wenn Bitcoin nahe als Altama ist, wie man Altcoins einkauft. Wichtigster Faktor ist die Bitcoin-Dominance. Und darauf haben meiner Meinung nach die wenigsten in den letzten Monaten drauf geschaut, die auch immer wieder Altcoin-Seasons rumschreien. Da komme ich aber gleich nochmal ein bisschen so drauf zu sprechen. Also erster Punkt, wenn ihr Altcoins kaufen wollt, Bitcoin-Dominance-Chart. Der zeigt euch an, wie stark die Dominanz Bitcoin gegenüber Altcoins ist. Und dieser Chart kennt seit Monaten nur eine Richtung. Wir hatten hier eine Phase im November 2022, da haben die Altcoin-Videos glaube ich auch angefangen, wo die Bitcoin-Dominance ziemlich tief unten war. Das heißt hier bei 40%. Mittlerweile waren wir bei unserem Top hier oben bei 57,7%. Und da kann der Kurs oder der Kurs kennt weiterhin nur eine Richtung und das ist nach oben. Auch wenn sich diese Bewegung in den letzten Monaten deutlich reduziert hat, ein bisschen abgeschwächt hat, heißt es immer noch, dass wir Bitcoin deutlich besser performt als die Altcoins. Man darf das jetzt nicht auf den kompletten Altcoin-Markt beziehen. Es gibt Millionen von Altcoins, beziehungsweise Token, was weiß ich was, ihr wisst, was ich meine, außerhalb von Bitcoin. Natürlich wird es immer mal wieder irgendeinen Token geben, der hier outperformt. Wenn du Glück hast, hast du diesen einen Altcoin in deinem Portfolio, der halt dann mal Bitcoin outperformt, dann freu dich, ist okay. Aber grundsätzlich ist der Markt momentan nicht in einer Altcoin-Season. Und wie viele Leute, und da komme ich jetzt zu Punkt 2, was mich extrem abgefuckt hat die letzten Monate, vor allem weil eben dieser Chart hier niemals zum Gespräch kam teilweise, wenn ihr euch zu viel YouTube-Shit einfach reinguckt und das tagtäglich. Und dann lest ihr überall, hier Altcoin-Season, jetzt kommt die Altcoin-Season, in den Markten werden explodieren. Wir haben diese Linie hier mehrmals angetestet. Mehrmals, sie sind immer wieder abgeprallt. Und trotzdem heißt es, jede Woche die Altcoin-Season startet. Kauft euch jetzt ein. Was hat es denn gebracht? Das hat genau da angefangen, jetzt nur mal so als Beispiel zu nehmen, wenn wir uns jetzt einfach mal Matic oder sowas angucken. Die ganze Scheiße hat angefangen, als wir dann hier oben waren, beziehungsweise dann Dump hatten. Ja, jetzt kommt die Altcoin-Season, da kann ich mich noch richtig gut daran erinnern, wo wir immer bei diesen 90er-Bereichen waren. Ja, Altcoin-Season beginnt. Ja und, was kam dann? Wir sind runtergeklatscht. Die Videos, die wir damals gemacht haben, die haben alle hier unten, das sind unsere Kaufboxen hier, die haben sich gelohnt. Wenn der Markt schon extrem am Pumpen ist bei Altcoins, ist es meistens keine gute Idee, irgendwie nochmal einzusteigen. Das ist das Gleiche bei Bitcoin. Siehst du einen voluminanten Anstieg, der teilweise 20, 30 Prozent ist, lass die Finger davon, dahinter herzuhüpfen. Das wird abnormal schief gehen. Das ist ganz normale, leichte Marktpsychologie. Dann hast du, wie gesagt, noch so einen Bitcoin-Dominance-Chart, der absolut to the moon hochgeht, beziehungsweise der hier einfach nur eine Richtung kennt, einen Abtrendkanal hat, einen sehr starken Abtrendkanal, der hier wirklich, wenn wir dir mal angucken, seit Juni 2023, also seit über einem Jahr intakt ist und immer wieder hier reingeht. Das ist für mich keine Altcoin-Season, auch wenn die Bitcoin-Dominance von 52 auf 49 Prozent sinkt. Das ist keine Altcoin-Season, meiner Meinung nach. Guckt euch mal lieber diesen Chart oder diesen Preisabfall da drüben an. Das war Altcoin-Season, wenn wir solche Abfälle hier sehen. Das ist Konsolidierung. Das ist positive Konsolidierung nach oben. Das hat nichts 0,0 mit einer Altcoin-Season zu tun. Erst wenn wir diesen Preisbereich, beziehungsweise hier diese Struktur hier verlassen, dann haben wir eine Altcoin-Season. Trotzdem heißt es jetzt nicht, oder will ich jetzt nicht mit dieser Aussage dastehen und sagen, hört auf, überhaupt keine Altcoins zu kaufen. Das ist nämlich der dritte Fehler. Erster Fehler, Bitcoin-Dominance nicht beachten. Zweiter Fehler, sich jeglichen YouTube-Shit reinzugucken, der jede Woche schreit, Altcoin-Season nur um euch auf irgendwelche Börsen zu bringen, damit ihr dort eure Altcoins kauft, die ihr dann wahrscheinlich irgendwann im Minus verkaufen werdet, weil ihr Panik schiebt oder sonst was. Seid da einfach extrem vorsichtig, welchen Leuten ihr vertraut, beziehungsweise welche Videos ihr euch tagtäglich anguckt. Und solange dieser Chart hier nicht nach unten hin ausbricht, ist keine Altcoin-Season. Entschuldigung, da kann einer von 1000 Coins explodieren. Ich habe es euch ja gesagt, ich habe recht gehabt. Ich hoffe, das war jetzt gerade nicht zu laut, dann tut es mir leid. Aber ihr wisst auf jeden Fall, denke ich, was ich meine. So, Punkt Nummer 3. Der Fehler, gar keine Altcoins zu kaufen, weil das ist nämlich der nächste Step. Man erklärt euch immer wieder bei Bitcoin macht DCA. Dollar Cost Average ist das Beste. Das Gleiche bin ich der Meinung, können wir auch bei Altcoins machen. Nur das Problem ist, ihr müsst euch einfach gute Zonen raussuchen, beziehungsweise zumindest ein bisschen Ahnung von Widerstand und Support haben. Es muss jetzt nicht mal wirklich die tiefgründigste Analyse sein. Ihr könnt euch vielleicht damals erinnern, deswegen zeige ich jetzt hier mal gerade Chainlink, unsere Analyse im Bärenmarkt, wo wir monatelang, das hat angefangen hier im Mai 2022, und wirkliches Breakout war dann erst hier im Oktober 2023. Das heißt, über ein Jahr, ein Jahr und drei Monate, nee, warte mal, ein Jahr und fünf Monate, knapp eineinhalb Jahre, waren wir in dieser Range. Ihr könnt euch daran erinnern, ich glaube, ich habe maximal drei Videos im Bärenmarkt gemacht, wie wir hier akkumulieren. Wir hatten hier die größte Preisbewegung in diesem Preisbereich, zwischen 5,50 Dollar hier unten bis 5,26 Dollar. Nach oben hin war 8 Dollar bis 10 Dollar so unsere Grenze. Das war unsere Akkumulationsrange, und dafür brauchst du keine richtige Analyse. Ihr seht, ich habe das hier einfach mal blind eingezeichnet damals, wie die Support und Widerstände sind. Es ist jetzt nicht mega akkurat, aber es war für mich die Zonen, wo ich einkaufen werde, beziehungsweise wo wir einkaufen. Die Videos könnt ihr euch alle angucken. Ich habe extra eine Altcoin-Playlist gemacht, guckt euch die gerne an. Viele sind teilweise wieder aktuell jetzt gewesen. So, Chainlink war perfekt hier unten. Wir haben hier unten gekauft. Immer wenn wir hier unten in dieser Box waren, haben wir zwischendrin nochmal, deswegen auch immer nochmal zwei, drei Videos, um mal zwischendrin was zu kaufen, und dann bleibt das Ding liegen. Und das können wir bei so ziemlich vielen Altcoins machen. Matic, die Box, unsere Bärenmarktbox hier, die wurde hier einmal getriggert, die wurde hier unten nochmal getriggert. Die Boxen sind immer die gleichen, weil die Vergangenheit ändert sich nicht. Vergangenheit, Supportzonen bleiben. Was in der Zukunft passiert, ist erstmal wurscht, die ist für den nächsten Bullrun dann, aber in der Vergangenheit, dadurch, dass wir noch keine Altcoin-Season wirklich hatten, richten wir uns nach der Vergangenheit, und diese Boxen müssen wir dann im Endeffekt auch beachten, wie es weitergeht. Und wir sind akkurat hier nochmal runtergekommen, haben den Support nochmal gekriegt, und so kauft man Altcoins. Nach unten hin, Supportzonen suchen, aus der Vergangenheit, und da würde ich auch euch raten, auf den Daily Chart zu gucken. Es muss auch hier nicht die tiefgründigste Analyse sein. Ihr seht hier, ich habe das überall ziemlich einfach gemacht. Chainlink, Matic. Wir können auch das gleiche Beispiel bei Polkadot machen. Die Boxen sind gigantisch groß. Warum? Das ist bewusst so. Wir traden hier nicht. Wir traden hier nicht mit irgendwelchen Hebeln, kaufen jetzt Polkadot hier unten mit 3x. Das machen wir nicht. Es geht hier einfach nur um reine Spotpositionen, die wir hier kaufen, damit sich unser Portfolio füllt. Deswegen müssen die Boxen auch etwas größer sein, weil wir nie sagen können, zumindest wenn wir jetzt längerfristige Spot-Videos machen, wo ich euch sage, da könntet ihr eventuell kaufen, No Financial Advice by the way, da könntet ihr eventuell kaufen, da muss diese Box euch aber auch ein bisschen Puffer geben, einerseits nach oben, andererseits auch nach unten, damit ihr etwas mehr Luft habt, um möglicherweise euch ein bisschen Spot einzudecken. Weil es wird nicht diesen perfekten Zeitpunkt, diesen Zeitpunkt wird es niemals im Leben wahrscheinlich geben. Wir müssen, da muss ich jetzt ein bisschen Eigenlob sagen, wir hatten wirklich Glück letztes Jahr am Bärenmarkt oder vorletztes Jahr, dass wir so gut Alcons einkaufen konnten, beziehungsweise über Monate. Aber es wird niemals diesen perfekten Zeitpunkt geben, um Coin XYZ oder sowas zu kaufen. DCA ist auch hier das Zauberwort. Und das ist verdammt nochmal wichtig zu verstehen. Hier einzukaufen, in diesen Boxen, das sind die Chancen. Diese Chancen werden euch möglicherweise zwei, dreimal gegeben und das ist schon viel und können euch danach das Genick brechen. So, warum aber wird im Bärenmarkt weniger von Alcons berichtet? Warum sagt euch niemand, hey, kauft doch jetzt einen und bla bla bla? Weil es keine Klicks bringt, verdammt nochmal. Guckt euch die Videos von damals an, wenn ich die gleichen Videos jetzt machen würde, würde es mal Klicks bringen, wenn ich da noch Alcons hießen und sowas mit reinbringe. Bringt keine Klicks, also juckt keinen, also wird nicht viel promotet. Die Klicks fangen dann an, wenn wir hier bei Polkadot möglicherweise dann schon bei 5 Dollar oder 6 Dollar sind und dann unser Breakout sehen und dann kommen die utopischen Preisziele von 100, 200, 300 Dollar. Und das ist dann der nächste Fehler. Und da kommen wir auch schon zum letzten Punkt, zwecks Altcoins. Nehmt verdammt nochmal scheiße Profite. Es ist verdammt wichtig. Das gilt bei Bitcoin und es gilt zu noch viel, 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 viel mehr bei Altcoins, bin ich der Meinung. Es bringt euch nichts, wenn ihr Altcoins kauft, die aber nie verkauft, weil ihr utopische Preisziele, und das ist vor allem bei Polkadot, ist mir das so oft jetzt aufgefallen, dass ich hier diese Preisziele von 122, 137 Dollar lese. Sorry, da kriege ich das Kotzen. Da kriege ich einfach das Kotzen. Natürlich wird er mitgeworben auf YouTube. Hey, Polkadot geht auf 120 Dollar möglicherweise. Du musst jetzt kaufen. Ja, und was passiert, wenn ihr hier oben solche Videos seht bei 9 oder 10 Dollar? Ihr kauft natürlich, weil, boah, 12x von hier aus, das sind natürlich Hammerpreise. Ja, und dann passiert genau das, was jetzt passiert ist. Wir sind runtergekracht auf 3 Dollar, oder, naja, 50 waren es und sind wieder in unserer Kaufbox. Und jetzt kommt eben Tipp Nummer 2, was das anbelangt von mir. Wenn, ich mach das so, ich mach das aber jetzt auch erst seit diesem Bullrun in Anführungszeichen so, wenn ein Coin 100% gemacht hat, nehmt euren Scheiß-Einsatz raus. Das ist nur ein gut gemeinter Rat. Oder 120%, wie ihr das machen wollt, ja, aber nehmt doch bitte Profite. Wir haben bei fast allen Altcoins, die wir damals eingekauft haben, und da nehm ich jetzt einfach auch mal wieder unsere Preisbeispiele von Chainlink, Durchschnittspreis hier, würde ich jetzt einfach mal sagen, 6 Dollar, da sind wir deutlich drüber gewesen. Wir haben Profite genommen, der Markt ist runtergecrashed, hat uns nicht gejuckt. Du bist tiefenentspannt. Dich jucken diese ganzen YouTube-Videos irgendwann nicht mehr. Das ist der Grund, warum ich selber keine YouTube-Videos mehr gucke oder generell Abstand von dem ganzen Ding nehme, weil es nichts bringt. Was bringt es mir jetzt, wenn mir Leute sagen, ey, du musst jetzt hier oben bei 17 Dollar Polkadot kaufen. Ne, ich hab schon Polkadot gekauft. Ich hab sogar schon Profite genommen. Der Chart juckt mich nicht. Ich warte jetzt wieder auf eine Korrektur, so wie jetzt, wo wir hier einmal gekauft haben und hier unten einmal gekauft haben, weil wir wieder in die Boxen gekommen sind. Das ist doch viel geiler, vor allem, weil unser Einsatz schon raus ist. Und bei Chainlink war Bombe, weil da schon mehrfach der Einsatz raus ist oder Polkadot oder sowas. Polkadot sogar ein noch besseres Beispiel, weil wir hier von unserer Kaufzone, ich mach immer mal die Oberkante, damit es fair ist, knapp 200% gemacht haben. Und dann ist der Markt runtergecrashed. Das heißt, wir können mit unserem neuen Kapital wieder unten einkaufen. So funktioniert die ganze Scheiße. Altcoins ist auch nur Business. Kaufen, verkaufen. Nicht Hoffnung auf, ich mach hier den nächsten 20, 30, 40X. Wir haben momentan kein billiges Geld auf der Welt. Wir haben immer noch extrem hohe Zinsen, die jetzt langsam gesenkt werden, aber dieses Geld muss dann auch erstmal wieder in den Markt und die Zinsen müssen so weit runter, dass billiges Geld auf den Markt kommt. Damit Altcoins überhaupt mal wieder pushen und dann möglicherweise die Bitcoin-Dominanz nach unten hin ausbricht. Es ist alles nur so, jetzt einfach mal so, alles von mir daher gesagt. Aber mir war das jetzt einfach nochmal wichtig, so ein extra Video darüber zu machen, damit einige von euch das vielleicht da draußen auch nochmal so ein bisschen begreifen, was einerseits meine Strategie ist und andererseits, wie ihr euch selber mal reflektieren solltet, auf was es überhaupt ankommt. Es kommt nicht darauf an, wer das beste YouTube-Video macht über Projekt XYZ oder euch erzählt, die Altcoins hießen kommt, die dann irgendwelche Videos wieder löschen, was ich auch schon irgendwie mitbekommen habe, dass dann solche Videos wieder gelöscht werden, weil dann gesagt wird, hey, das habe ich euch nie gesagt. Ja, verarsche ist es. Das ist komplette Verarsche. Wenn man falsch liegt, sollte man dazu stehen und fertig. Ich liege auch öfters falsch. Du kannst dich zu 100% recht haben. Aber einfach nur euch jetzt hier mal ins Gewissen zu reden, was ihr daraus macht, das ist euer Ding. Ihr müsst meine Strategie nicht übernehmen. Will ich auch möglicherweise nicht. Das ist ja euer Ding. Ich will euch einfach nur ins Gewissen reden, auf was es denn überhaupt ankommt, auch mal bei Altcoins. Und vielleicht auch mal, das ist einfach zu sehen, den Markt neutral beobachten. Neutralität im Crypto-Biss, im Aktien-Business, überall ist das A und O und darauf kommt es an. Neutralität, keine Gefühle, verbinde keine Gefühle zu deinem Coin. Das sage ich immer wieder zu XRP. Manche Leute sind da so verliebt, die werden niemals verkaufen, auch wenn das Ding theoretisch auf einen Cent runtergeht, würden die niemals verkaufen. Das sind so wichtige Punkte, deswegen auch dieses Video hier zu früher Stunde, was ich hier aufnehme, weil es mir gestern irgendwie nochmal durch den Kopf gegangen ist. Passt einfach auf. Sucht euch Zonen, guckt euch gerne die alten Altcoin-Videos an. Die sind sogar noch aktuell. Polkadot ist aktuell. Wir haben hier unten noch eine Kaufzone, zum Beispiel bei 3 Dollar, die möglicherweise noch getriggert wird. Wenn meine Vorhersagung möglicherweise für September richtig eintrifft. Da gibt es viele, viele Altcoins, die jetzt ihre Tiefstände nochmal angetestet haben. Aber juckt uns nicht. Wir sind im Plus. Ganz normale Marktpsychologie. Deswegen verstehe ich teilweise die Panik nicht, wenn es in anderen Gruppen so ist. Deswegen bin ich stolz auf unsere Gruppe, dass es einfach so ruhig geblieben ist. Alle so locker, ja gut, ist halt runtergeguckt. Ja, kann man mal nachkaufen oder so, weil wir sind ja eben bloß so. Sieh den Markt locker, neutral und ohne Gefühle. Mach dein eigenes Ding. Altcoin-Season. Ihr wisst jetzt auch, was das ankommt. Und ich würde sagen, trotzdem, ich würde mich über ein Like freuen, über ein Abo freuen. Gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Das war es von mir. Und wir hören uns auf jeden Fall zum nächsten Video wieder. Und wenn irgendwelche Fragen sind, kommt gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Würde ich mich darüber freuen. Und ansonsten, wir hören uns. Ciao, ciao. Und wie immer, Stay Cripp.